Musik Mein Name ist Judith Haller von China Airlines. Wir haben dieses Jahr in der Avia Wraps Roadshow teilgenommen und sind ganz begeistert von dem Konzept, das mit Bowling zu kombinieren, weil man dann abends auch nochmal so eine Möglichkeit hat, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und wir finden, dass es eine super Möglichkeit ist, uns als Airline zu präsentieren. Ja, der Bowlingabend hat wirklich auch viel Spaß gemacht. Ja, der Bowlingabend hat wirklich auch viel Spaß gemacht. Ja, der Bowlingabend hat wirklich auch viel Spaß gemacht. Ja, der Bowlingabend hat wirklich auch viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.